Nacken Amazone Papagei Autor Seltsam Kenzi Die Filmbilder hat der Autor in Nikagaruga gedreht. Die Gelb Nacken Amazone, Amazone Aeropagliata, ist eine Vogelart aus der Familie der eigentlichen Papageien. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist Mittelamerika. Gelb Nacken Amazonen erreichen eine Körperlänge von 35 bis 38 cm. Ihr Körpergefieder ist grün. Namensgebend ist der Gelbe Nacken. Die Art wurde früher als eine Unterart der Gelbscheite Lamazone eingeordnet. Heute wird sie als eigene Art angesehen. Es gibt zwei Unterarten. Rotbub Gelb Nacken Amazone Aeropagliata Parfipes Roatan Gelb Nacken Amazone Aeropagliata Caribe Gelb Nacken Amazone haben eine laute Stimme und sind in der Lage, Laute aus ihrer Umgebung gut zu imitieren. Sie sind Höhlenbrüter. Das Weibchen legt zwei bis vier Eier. Die Brutdauer beträgt circa 26 Tage. Sterbi Nacken Amazone Aeropagliata Parf σου gibt es aber auch im Abstand. Die Brutdauer der Früge befindet sich einfach so doll ab, ge movement die Brutdauer der kickte Arbonen Lucy. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.